Ein fester Griff an die Hörner und geschafft. Doch diese Ziege hat ihre Rettung nicht nur den beherzten Griff dieser Frau zu verdanken. Moment, da ist doch noch was im Rohr. Der Ziegenretter in der Not. Ein Polizist aus Bayerisch-Schwaben. Das Polizeipräsidium in Augsburg veröffentlichte dieses kurze Video am Freitag auf Twitter und schreibt dazu. Ein besonders großes Herz für Tiere bewiesen heute unsere Kollegen der Polizeiinspektion Nördlingen. Als sie eine junge Ziege aus einem überfluteten Abwasserrohr retteten. Wir sagen Danke an unsere Kollegen für diesen tollen, beherzten Einsatz. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte eine Passantin Ziegen auf einer überschwemmten Weide entdeckt und die Beamten gerufen. Um das Jungtier zu retten, krabbelte der Polizist dann in das mit Wasser gefüllte Kanalrohr. Für uns die voltierisch nasseste Rettung der Woche. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.